Mila, wusstest du, dass wir umzingelt sind von Nomen? Wie meinst du das? Alles, was du hier ringsrum sehen und anfassen kannst, sind Nomen. Also bist du auch ein Nomen? Naja, nicht ganz. Nomen sind Wörter. Also ist mein Name ein Nomen. Und deiner auch. Du musst dir unbedingt merken, dass man Nomen immer groß schreibt und dass es auch unsichtbare Nomen gibt. Ja, wie unsere Freundschaft.